So, liebe Pilzfreunde, schaut euch das mal an. Ich habe wieder Werbeln gefunden. Ich habe wieder Glück. Und ich muss euch sagen, hier stehen noch mehr. Und da werde ich mir ein paar aussuchen. Aber die sieht ja schon ganz fantastisch aus. Heute versuche ich mal mein Glück an einem etwas trüben Tag. Die Sonne scheint heute nicht. Ich bin gespannt, was es geben wird. Also Morcheln, Werbeln und so weiter haben natürlich immer noch Hochkonjunktur. Aber so langsam tauchen ein paar andere Arten auf. Vielleicht finden wir heute etwas. Vielleicht lassen sich auch wieder Werbeln finden. Ich bin jedenfalls gespannt. Nehme euch gerne wieder ein Stück mit und wünsche euch viel Spaß mit dem Film. Wir hatten lange nicht mehr so ein feuchtes Frühjahr. Man muss schon sagen, ein nasses Frühjahr. Der Wald ist wirklich richtig nass. Überall stehen Pfützen. Also beste Voraussetzung für die kommende Pilzsaison. Und nach ein paar Schritten habe ich tatsächlich etwas gefunden. Und das ist diesmal eben keine Morchel oder Werbel oder Lorchel. Sondern mal ein Pilz mit Hut und Stiel und Lamellen. So schaut es aus. Und ich muss sagen, das sind hier schon ältere Exemplare. Wer ein bisschen Erfahrung hat, wird vielleicht schon erkennen, um was es sich hier handeln könnte. Es sind Tintlinge. Ich nehme hier mal einen raus. Und was sich hier nicht vermeiden lässt. Seht ihr, ich habe schon schwarze Farbe an den Fingern. Also der ist hier schon in der Autolyse. Löst sich hier auf in so eine sporenhaltige, schwärzliche Masse. Ich gehe hier nochmal mit dem Finger drüber. Und da sieht man das hier sehr schön, wie mein Finger aussieht. Also schwarzes Sporenpulver kann man hier sehr gut erkennen. Ein Tintling kann man jetzt natürlich in dem Zustand auch nicht mehr bestimmen. Jetzt im Frühjahr wachsen die Glimmer-Tintlinge. Das könnte hier durchaus einer gewesen sein. Oder etwas aus diesem Formenkreis. Vielleicht finden wir heute nochmal jüngere Exemplare. Da wäre es schön, dort mal einen Vergleich zu haben. Aber der Glimmer-Tintling ist jetzt ganz typisch im Frühjahr. So, liebe Pilzfreunde, schaut euch das mal an. Ich habe wieder Werbeln gefunden. Ich habe wieder Glück. Und ich muss euch sagen, hier stehen noch mehr. Und da werde ich mir ein paar aussuchen. Aber die sieht ja schon ganz fantastisch aus. Es ist dieses Jahr wirklich ein ganz tolles Morcheljahr. Morchel und ihre Verwandten und auch die böhmische Werbel gehört ja in die Verwandtschaft der Morcheln. Also was man so aus typischen Morchelgebieten so hört und sieht, das ist schon wirklich beeindruckend hier bei mir. Ich habe es schon öfters gesagt, sind Morcheln leider selten zu finden. Ich kenne hier mehrere Stellen mit der böhmischen Werbel zumindest. Die breitet sich auch jedes Jahr aus. Und wenn so viele Fruchtkörper stehen, so wie dieses Jahr, dann nehme ich mir auch immer ein paar mit. Ein paar bleiben natürlich stehen. Morcheln und Werbeln sind natürlich solche Arten, die nur in geringen Mengen für den Eigenbedarf gesammelt werden dürfen. Und da würde ich euch auch bitten, haltet euch dran. Gerade wenn ihr vielleicht in einer Gegend lebt, in dem diese Pilze selten sind, sollte man sie doch schonen. Werbeln und Morcheln schneidet man am besten ab. Ich habe heute mein Schwarzwolf-Pilzmesser dabei. Könnt ihr euch gerne mal in meinem Online-Shop anschauen. Unter snowcreek.com findet ihr das. Und natürlich auch noch viele weitere schöne Artikel rund um das Thema Pilze. Sehr schön. Ein wunderbares Exemplar. Auf meiner Webseite findet ihr natürlich auch alle Infos rund um die geführten Pilztouren, um die Seminare. Da findet ihr alle Termine, alle Inhalte der Seminare und der Touren sind dort beschrieben. Und ihr könnt natürlich auch buchen. Verwendet dazu das Kontaktformular. Alle Links zu meiner Webseite, zum Online-Shop und so weiter findet ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Und wenn es irgendwelche Fragen gibt, dann schreibt mich gerne einfach mal an. Und es geht weiter so hier an der Stelle. Hier ist die nächste böhmische Werbel und die sieht auch ganz wunderschön aus. Auch hier wieder eine wunderschöne böhmische Werbel. Ganz toller Kontrast zu dem grünen Moos hier. Ganz wunderschön. Ja und die Werbeln verstecken sich natürlich auch gern mal, tarnen sich ein bisschen ab. Also hier sind mehrere Blätter drum. Aber wieder ein schönes Exemplar. Aber die werde ich jetzt stehen lassen. Ich decke die wieder ein bisschen zu. Denn das, was ich bis jetzt im Korb habe, reicht mir eigentlich schon aus für mich. So liebe Pilzfreunde, ich kann euch einen weiteren interessanten Pilz zeigen. Ihr seht schon, der ist sehr klein. Und ihr seht auch, dass der hier an so einem Kiefernzapfen dran ist. Ich musste hier ein kleines bisschen graben, um den rauszubekommen. Aber ich wollte euch das gern mal zeigen. Ich habe ja schon viel erzählt über den Fichtenzapfen Rübling. Und das hier ist der Kiefernzapfen Rübling. Das ist also so ein klassischer Verwechslungspartner. Wenn man also im Rhein-Fichtenwald unterwegs ist, findet man natürlich nur den Fichtenzapfen Rübling. Das ist ein prima Speisepilz, wenn auch recht mühsam zum Sammeln. Und beim Kiefernzapfen Rübling gibt es eine milde und eine bittere Form. Der milde ist essbar, der bittere ungenießbar. Jetzt müsste man hier allerdings jeden einzelnen kosten, wenn man die sammeln möchte für Speisezwecke. Und ja, das ist natürlich ein bisschen unpraktikabel. Und deswegen sammle ich ausschließlich Fichtenzapfen Rüblinge. Aber es ist natürlich schön, dass ich euch den hier mal zeigen kann. Ja, liebe Pilzfreunde, es ist einfach traumhaft dieses Jahr mit den böhmischen Werbeln. Das ist hier so weitergegangen. Die eine richtig schöne, perfekt ausschauende hier nochmal so ein bisschen als Beispiel für die tollen Funde hier. Und hier gibt es eine weitere Pilzart, die ich für dieses Jahr das erste Mal gefunden habe. So dicht gedrängt stehen die hier. Hier muss auch Holz drunter sein, denn das sind Schwefelköpfe. Und zwar ist das hier der grünblättrige Schwefelkopf. Sieht man sehr schön an diesem neongelben, neongrünen Stiel. Ich habe hier mal einen abgemacht, da sieht man es ganz gut. Die sind hier noch ganz klein und jung, die werden noch viel größer. Also auch die sind schon da. Ist ein giftiger Pilz, der ist magendarmgiftig, schmeckt auch bitter. Und von daher kommen Vergiftungen eigentlich nicht vor. Also der bittere Geschmack, der hält natürlich normalerweise davon ab, eventuell das Gericht aufzuessen, was man sich da irrtümlicherweise gemacht hat. Ist so der klassische Verwechslungspartner vom graublättrigen Schwefelkopf. Den kann man durchaus um die Zeit jetzt auch finden. Das kommt vor, dass typische Spätherbstpilze, Herbstpilze im Frühjahr nochmal erscheinen. Aber hier der grünblättrige Schwefelkopf begleitet uns wirklich das ganze Jahr. Jetzt kommen die ersten Fruchtkörper und dann wachsen die immer wieder in mehreren Schüben bis zum Wintereinbruch. Ja, liebe Pilzfreunde, was für eine fantastische Morchelsaison und Werpel- und Leuchelsaison, muss man sagen, haben wir dieses Jahr. Das habe ich lange nicht erlebt. Also es wirklich ganz fantastisch überwältigen teilweise die Funde. Also ich bin heute natürlich rundum zufrieden. Es gab auch ein paar Sachen zu finden, die dieses Jahr das erste Mal aufgetaucht sind, wie den vermutlichen Glimmertintling oder ganz am Ende jetzt hier der grünblättrige Schwefelkopf. Also es geht immer weiter. Die Artenfülle wird immer mehr zunehmen. Ich wünsche euch natürlich auch ganz fantastische Funde. Im Moment lohnt es sich wirklich. Natürlich ist es regional sehr unterschiedlich. Also wer nicht in einer Morchel-Gegend wohnt, da wird es natürlich schwierig. Ich kenne eben hier auch nur wenige Stellen. Und wenn ich mal Morchel finden will, dann muss ich ein Stück weiter fahren. Habe ich auch in nächster Zeit vor. Mal schauen, was sich da machen lässt. Ja, ansonsten gibt es gleich den Blick in den Korb. Wie immer und gewohnt natürlich. Der fällt heute wieder sehr üppig aus. Ansonsten werde ich mich an der Stelle von euch verabschieden. Und wir sehen uns sicherlich in einem meiner nächsten Videos wieder. Also bis dahin. Tschüss. 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 %. Untertitelung des ZDF, 2020